Grüß dich! Heute wollte ich dir mal eine Geschichte erzählen, um zu zeigen, wie es in der Kunst manchmal geht. Als ich das Logo entworfen habe für die Unschule für Kunst, da habe ich hier diesen Kartoffeldruck von mir einbezogen und habe gar nicht gewusst, warum eigentlich. Ich habe bloß gesehen, es stimmt, es ist irgendwie richtig. Wer hier diese drei People waren, hatte ich keine Ahnung. Und jetzt ungefähr zwei Jahre später ist mir aufgefallen, also ich habe ja hier an der Blume Denken gearbeitet und die erste Frucht habe ich gepflückt jetzt von der Blume Denken. Und als ich das gemacht habe, da ist mir einer von diesen drei People wieder begegnet. Und zwar hier vorne. Und jetzt kann ich auch sagen, wer das ist hier. Warum, wie drei in der Unschule für Kunst dabei sind. Und zwar sind das die Inspiration, die Imagination und die Intuition. So geht es manchmal an der Kunst so einfach. Tschüss!